Wir langen! Hör zu, Bad Freak! Würde ich die Schuhe? Was stellt ihr hier einfach so rum? Na los! Hält diesem Luschen! Ihr habt Harley gehört! Findet und tötet Batman! Kein Problem! Hörst du das, Bad Freak? Wir kommen zu Trollen! Ist das Robin? Ist Robin da? Jungs, Töten die uns nervige Fünfte mal nach Wagenblatt! Robin! Robin! Er liebt dich nicht! Bleib bitte ruhig, sonst schneide ich dir alle Wienmaßnahmen! Bist du wunderbar an einen Vogelkäfig passt! Zu wem hält sie eigentlich? Er hat noch einen! Ihr Jungs braucht einen neuen Boss! Ein besseres Boss! Ein wahnsinnig! Ein russisch! Der seine Rücken um lehnlos im Griff hat! So schade, dass ich im Team West bin, was? Da! Das Adi-Püppchen! Ist hier eingestellt! Ja, was auch? Aber sie ist schon mal lang rein! Das stimmt nicht! Ich schätze, sie wäre richtig gut, wenn man dir sagt, wie ich sie entfüren und foltern soll und... ...wann sie schnell sein wollen! Wenn man... ...zu? Schon wieder einer weniger? Oh, Batman! Du tust immer so, als wäre ich mir egal, mein Süßler, und kurz darauf wirkst, was du rügelst! Und wie willst du diese Idioten? So, um mich zu rennen! Das waren alle! Zeit, Miss Belle zu holen! Oh, Bats! Du bist gemein! Du erschreckst sie! Du verletzt sie! Ich liebe es! Also, Jungs, ich sollte wohl... Batman gehört mir! Sturer, kleiner, wüterich! Ich bin deine beste Freundin! Ich glaube, sie hat mein halbes Gesicht zerkratzt! Wie sieht es aus? Als wärst du zu langsam! Ich bringe sie zurück in die Zelle! Henry, Robin ist auf dem Weg zu Ihnen! Lassen Sie ihn rein, wenn er kommt! Natürlich! Das heißt wohl, du hast eines dieser Monster aufgehalten! Ja, aber noch bin ich nicht fertig! Dieser Robin scheint eine echte Steigerung zum Letzten zu sein, Bats! Erinnerst du dich an Jason Todd? Eine Heulsuse! Nur am Jammern! Ohne diesen Verlierer sind wir beide besser dran! Batman! Er ist hier! Oh, was haben wir denn hier? Es ist Batman! Arme kleiner Batman ganz allein! Du willst das Benden? Dann komm zu mir! Vergiss diesen Freak! Nur tu dich weg! Langweilig! Als wer an einem Kampf ender schießt! Kennt ich mich! Er sehnt sich nach mehr! Etwas mit Anspruch! Etwas Kreativem! Etwas Spaß! Spaß soll er haben! Zwei Fäuste voll! Und dann kümmere ich mich um dich, Charisma! Ich mach dich so fertig, dass du in Zukunft aus dem Hinterkopf feinst! Ach ja, harter Macker! Erstens musst du mich finden und zweitens... Sei mir ganz ehrlich, alter Sank! Hast du deine besten Tagesschuld hinter dir! Was glaubst du mit dem du's jetzt in Ton hast? Pass auf, was du sagst! Was auch immer! Du hast die Wahl, Bats! Finde uns und wir dann sehen, wer gewinnt! Ich sitze auf mich! Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde! Die Kugeln etwa weh? Ich sollte warten, bis er in Position ist, bevor ich den Sprengsatz zünde! Komm raus und zeig dich, Batman! Bevor ich einen Befehl gebe, muss ich ein Ziel auswählen! Die Wand da sieht komisch aus, sieh sie dir an! Die Wand da! Der Wetter Ist hier jemand? Jason? Ich dachte, du wärst tot. Batman? Ist du das? Batman wird dich nicht retten, Jason! Das Wetter. Es sind nun sechs Monate, Jason. Stell dich endlich den Tatsach... Leck mich! Tolle Einstellung! Du bist aus dem alten Betholz geschnitzt. Wird dir aber nichts nützen. Töte mich doch einfach. Was? Nein, 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 nein. Ich töte dich nicht. Zumindest noch nicht. Du bist jetzt mein Helfer. Stell dir vor. Du und ich da draußen stiften Unruhe, schikanieren die Schwachen. Ein wahres, dynamisches Duo. Ganz wie Bats und sein neuer Bursche. Das würde er nicht tun. Meinst du? Dann ist das hier nicht Batman? Komisch. Die spitzen Ohren verraten ihn sonst immer. Nein. Ich wollte dir das Foto nicht zeigen. Wirklich nicht. Aber, tja, nur so konntest du mit der Sache abschließen. Natürlich tut es weh. Aber manchmal muss man grausam sein, um Gutes zu tun. Aber ich habe ein Duett geplant für Unruhe. Und kann der Knilch Burschen warten und unserer wundervollen Musik lauschen. Versuch's mal mit der Tastatur. Das Schloss ist rein mechanisch, ohne elektronische Teile. Daran funktioniert mein Distanz-Hacking-Gerät nicht. Henry, ich brauche Ihre Hilfe. Natürlich. Nur zu. Schicken Sie mir die Aufnahmen der Überwachungskamera in Abschnitt C. Sie können sie vom Computer in dem Raum dort verschicken. Okay. Ich versuch's. Computer sind nicht gerade mein Fachgebiet. Sie können die Daten mit dem Bedienfeld rechts isolieren. Ziehen Sie den Finger darüber bis... Etwa so? Oh, diese Technologie ist sehr... interessant. Okay. Ich kann die Kamera sehen. Markieren Sie den Bereich der letzten 10 Minuten. Und... Fertig. Das sehe ich. Danke, Henry. Das sehe ich. 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 Charisma trägt eine Bombenweste. Und im Raum sind fünf weitere Bomben. Verstanden. Sei nicht schüchtern. Auf der Bühne ist auch Platz für zwei. Nein, wirklich. Ich bestehe darauf. Wie du sehen kannst, ist die Menge schon ganz fiebrig, als würde sie bald explodieren. Niemand bringt dir ein Ständchen außer mir, Bats. Lasst es krachen, Jungs. Bring mich nach Haus. Ins Asylum. Niemals allein. Im Asylum. Es war die pure Anarchie. Aber gelächelt hast du nie. Dich hat's erwischt. Ich steck dir im Kopf. Also, wer lacht jetzt zuletzt? Und dann in Arken-City. Bataillern fällig die Schnitte. Ich starb und du standst einfach da. Doch als ich dir in die...